So, und bevor das neue Jahr dann wieder losgeht, feiern wir noch eine richtig fette Silvester-Party. Wir haben nämlich heute einen Linedance dabei, der seine Wurzeln in unserem Seminar am Bad Wurzeln gefeiert hat und hoffen, dass er euch gefällt. So, alle, die den Linedance schon können oder auch nicht können, dürfen jetzt auf die Tanzbühne und innen mittanzen. Wir wünschen Ihnen noch eine sehr schöne Veranstaltung hier bei uns in den Hallen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Linedance. Tschüss! 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 Ich will, dass du sagst zu diesem Lied, ich will, dass du wirklich bist, Medhi! Ich will, dass du sagst zu diesem Lied, ich will, dass du wirklich bist, Medhi! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Tschüss.